Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Volkswagen-Konzern haben wir uns ambitionierte Ziele beim Umweltschutz gesetzt. Diese Ziele können wir nur gemeinsam erreichen. Von Juli bis November finden daher verschiedene Aktivitäten zum Umweltschutz in den einzelnen Marken, Regionen und Fachbereichen statt. Ziel ist es, den Austausch weiter zu stärken und das Miteinander zu fördern. Der Schutz unserer Umwelt hat oberste Priorität in der Produktion und Logistik der Marke Volkswagen. Daher starten wir am 12. Juli die Go to Zero Week. Sie bietet vielfältige Impulse und Vernetzungsmöglichkeiten zu Zero Impact Factory und Zero Impact Logistics. Weil Nachhaltigkeit das Thema ist, was uns alle betrifft. Im Mittelpunkt unserer Go to Zero Week stellen wir zum einen die Vernetzung und den Austausch von Experten-Teams und zum anderen wollen wir alle unsere Mitarbeiter informieren und auch motivieren, sich mit dem nachhaltigen Handeln auseinanderzusetzen. Audi macht schon seit langem Umweltschutz mit allen Sinnen erlebbar. Und auch die Umweltwoche wird voll sein mit ganz vielen Ideen und Innovationen. Aus unserem Umweltprogramm in der Produktion, aus vielen anderen Bereichen und den Mitmachaktionen der Audi Stiftung für Umwelt. Wir als FHW Volkswagen haben uns klar zu einer CO2-freien Produktion committed. Erste Schritte sind gemacht. Die Go to Zero Weeks sind für uns ein wichtiger Bestandteil, um die Dekarbonisierung weiter konsequent voranzutreiben. Wir bei Porsche sind bei den Go to Zero Weeks dabei, weil wir unser strategisches Ziel bis 2030 bilanziell CO2-neutral zu sein, maximal unterstützen wollen. Und was für mich ganz persönlich enorm wichtig ist, dass wir so weit aufklären, dass all unsere Mitarbeiter immer ihren eigenen Beitrag dazu erkennen können und maximal unterstützen. Wir als FHW are committed to reduce our impact on the environment. Therefore we made this Go to Zero a clear and strong pillar of our P-Strategy. Während der Woche wollen wir uns vor allen Dingen mit den Themen Wasserabfall und Energie beschäftigen, weil das sind die zentralen Punkte, die in den nächsten Jahren hier unseren Weg prägen werden. Wir bei ŠKODA sind natürlich dabei in der Woche, wenn es heißt Go to Zero. Green Future bei ŠKODA heißt Green Product, Green Factory and Green Retail. Und wie immer werden wir das tun, mit simply cleveren Lösungen. Die Bentley-Familie feiert bei den Go to Zero Weeks den Start ins dritte Jahr der CO2-neutralen Produktion. Dabei machen wir viele Dialogveranstaltungen. We go to zero. Wir bei SEAT sind selbstverständlich bei den Go to Zero Weeks mit dabei. Eine nachhaltige Zukunft liegt in unseren Händen. Bitte macht bei den Go to Zero Weeks mit. Als Konzernproduktion begleiten wir die Go to Zero Weeks in den Marken, Regionen und Fachbereichen, zum Beispiel indem wir über den gesamten Zeitraum Dialogformate anbieten und die entstandenen Informationen auf eine Intranet-Seite bündeln. Wagen Sie den Blick über den Tellerrand. Nehmen Sie an Aktionen einer anderen Marke teil und lassen Sie uns gemeinsam noch enger zusammenrücken und voneinander lernen. So gestalten wir gemeinsam eine nachhaltige Zukunft.